So, es ereignete eine sehr dramatische Geschichte. Der Mann von der Lehrerin war krebskrank, ist gestorben. Nach der Zeit hatte sie sich auf dem Dachboden selber erhoben. Hey, yo, heute mal aus der Lehrerin. Ich bin mal ganz leise. Es ist heiß, es ist wirklich, noch nirgends hat man etwas so schön Eingerichtetes gesehen, wie jetzt hier. Everybody I love I don't know what to do Need a sign from above I just want to be somebody who knows Who knows how to behave But I'm not even close Won't you save, 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 save me Won't you save, save, save me Won't you save, save, save me Also, ich muss aber wirklich sagen, hierfür fehlen mir auch die Worte. Persönlich, dass ja auch alles eingerichtet ist. Überall sind private Bilder. Aus Respekt der verstorbenen Frau gegenüber werde ich die Bilder nicht filmen. Auch aus Respekt gegenüber den anderen Menschen, die hier immer geliebt haben. Oder die Personen kannten, die sich hier mit dem Haus identifizieren können. Mach ich es einfach nicht. Ach du Scheiße. Genau wo kommen wir hier zum Ort? Des Geschehens. Mach ich jetzt. Liegt schon, über die Dämmwolle. Um Gottes Willen. Du hast ja. Kannst du mich kurz durchlassen? Ja. Meine Freundin hat mir gerade eben gesagt, als ich jetzt auf dem Dachboden die kleine Leitung gerachselt bin, habe ich gerade irgendwas ausgelöst, also, ausgelöst, er ist gerade ein bisschen mehr runtergefallen. Deswegen bewege ich mich jetzt mal nicht weiter, ich bleibe jetzt mal hier an dieser Stelle stehen und filme mal in den Raum rein. Jetzt stellt sich bei mir natürlich die Frage, hat sie sich wirklich erhangen oder ist nicht an irgendeinem etwas anderen gestorben? Denn das sieht mir nämlich nicht danach aus, als wenn man gerade anfängt mit Renovieren und sich dann im Zuge zu laufenden Renovierungen umbringen will. Like water my love runs free Oh, there is nothing like your world There is nothing and no one above Ich würde sagen, ich mache es immer kurz zum Schluss. Meine Freundin mit dabei, heute meine ich kurz vorstellig geworden. Ich würde sie vorstellen, wenn sie das Video sieht. Und schenkt mir ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat, denn ich sage erstmal, bye bye. Ich würde sie vorstellen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde sie vorstellen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat.